Hey Philipp, weißt du, wie viel du geschafft hast? Hast du gezählt? Ja. Und, wie viel waren es? Unnormal. Haben wir 40 gemacht? Mehr. 40 Liegestütze in 30 Sekunden. Boah, Alter! Ich habe mir heute Morgen so ein Video angeguckt von Paul Unterleitner. Yeah, yeah, Bodybader. Ja, genau. Der hat versucht, 50 Liegestütze in 30 Sekunden zu machen. Schöne, harte Nummer. Hat er geschafft? Ich glaube, er hat, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube 44, 45 geschafft. 44? Okay. Und ich habe mich gefragt, geht da noch was? Ist schon eine Hausnummer. Ist schon eine Hausnummer. Ist schon heftig, aber... Wollen wir probieren oder was? Ja, mach mal. Ja? Ja. Hier und jetzt? Ja. Wir haben Brust trainiert erst. Aber ich spreng nicht das Hand. Gucken wir mal gleich mal. Ja. Wie machen wir es? Du machst einen Countdown an oder wie? Genau. Ja? Warte schon kurz das Handy raus. Schläge es dann vor dich auf dem Boden. Okay. Zählst du mir dann runter oder was? Yes. Also wir machen eine Minute an, dann bei 30 Sekunden lebst du los. Junge, warte. Ich muss stretchen. Ja. Ja. Ich mache 59 Sekunden, fangen wir an. Ich mache meine Lautstärke auf. Beste Vorbereitung hier im Hemd. Ja. Ja, zieh es mir aus. Zieh es mir aus. Ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Oh. So. Kommt du. Ja, danke. Das ist das Licht. Ja, komm. Wir machen es gerade hier. Ja. Drück einfach auf Start, wenn du ready bist. Na ja. Zieh es mir runter? Yes. Ich zähle dann runter, wenn es los geht. Mit Sneakers. Mal gucken, oder? 10 Sekunden geht es los. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ich ziehe einfach durch. 5, 4, 3, 2, 1, komm. Los. Was waren es? 20? Wir brauchen einen Videobeweis. Wildes Schiff, Alter. Ich weiß nicht, wie viel. Ich auch nicht. Es waren mehr als 20, glaube ich. Ja, es waren mehr als 20. Ja, es waren mehr als 20. Gucken wir mal. Also, wir zählen nach. Die 44, die er vorgelegt hat, waren auf jeden Fall gut. Mal gucken, was noch so drin war. Also, bis gleich. Wir schauen mal. Hey, Philipp. Wie viel du geschafft hast? Hast du gezählt? Ja. Und? Wie viel waren es? Unnormal. Haben wir 40 gemacht? Nicht mehr. 45 Liegestütze. In 30 Sekunden. Boah, Alter. 45? Ja. Wie viel haben wir noch mal gemacht? 44, meine ich. 44? Alter. Okay. Würde ich sagen. Ohne jetzt. Okay, ich habe 45 geschafft. Keine 50. Aber ich denke mir, mit vielleicht einer richtigen Vorbereitung, wenn ich mich richtig warm mache, so zwei, drei wären schon noch drin gewesen. Oder? Ich glaube. Ich habe auch beim Video gesehen, du hast so eine halbe Sekunde, hast du noch zu früh aufgehört. Ja. Aber du hast doch etwas früher angefangen. Ich würde sagen, das ist genau 30 Sekunden. Okay. Hätte, wäre, wenn. Scheiß egal. Ich habe genau auf der Planlage geguckt. Der erste. Okay. Es waren in 30 Sekunden 45. Ist doch gut, oder? Ja, wenn die Frequenz vielleicht noch am Anfang ein bisschen höher gehabt hättest. Ja, man. War trotzdem gut. Ist gut. Schon geil. Finde ich auch. Ist ein Video wert. Ist ein Video wert. Können wir machen, oder? Für spontan. Ihr könnt ja mal nachmachen. Genau. Die Zahl steht. Die Zeit steht. Ausführung. Achso. Falls ihr es wissen wollt. 1,84. 100 Kilo. Hat ja auch immer was zu tun. Wenn du jetzt 50 Kilo wiegst, tust du dich halt ein bisschen leicht. Vor der Ausführung war ich top. Also ich habe jetzt keine Wiederholung gesehen, die halb war, oder? Ich habe wirklich versucht tief zu gehen und halt wirklich durchzudrücken. So wie halt ein Ligoschnitt sein soll. Kein Schwingen. Kein Hüpfen. Kein Cheaten sagt man heutzutage, oder? Bapp. Haut rein. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020